Herzlich Willkommen nun zur dritten thematischen Folge von Neuere Deutsche Literaturgeschichte Online. Sie ist dem Theater des 17. Jahrhunderts gewidmet, oder genauer, den Dramentexten aus jener Zeit. Von der so reichen Bühnenkultur des Barock haben wir heute nämlich kaum mehr Kenntnis und die prominent gebliebenen Autoren bzw. Werke sind zu ihrer Zeit mutmaßlich lange nicht so dominant gewesen, wie die Literaturgeschichtsschreibung im Rückblick vermuten lässt. Einigermaßen gut Bescheid wissen wir jedenfalls nur über das, was damals schriftlich fixiert worden ist. Wir kennen also die Aufführungspraxis viel weniger genau als die Texte mit literarischem Anspruch. Und das heißt wiederum, überlebt haben fast nur diejenigen Dramen, die den Regeln von Opitz Buch von der Deutschen Poeterei entsprechen. Grundsätzlich lohnt es sich, vorweg die hauptsächlichen Spielorte bzw. Bühnentypen zu unterscheiden. Ob an Fürstenhöfen gespielt worden ist, wo es vor allem auf Prachtentfaltung ankam und daher die besonders aufwendigen Opern und Ballette im Vordergrund standen oder ob eine Wanderbühne ihren Auftritt gehabt hat, die das Publikum mit Sensationen unterhalten wollte. Da sind zwar auch hochliterarische Stücke gespielt worden, aber doch immer in stark bearbeiteten, großenteils improvisierten Fassungen, die sich um das Prinzip der Stilreinheit nicht im Mindesten bekümmern mussten. Etwas anders verhält es sich mit dem didaktisch ausgerichteten Theater, dessen Hauptformen im Ordenstheater der Jesuiten sowie im Lutheranischen Schultheater zu sehen sind. Beim Jesuitendrama geht es in gegenreformatorischer Absicht vorrangig um die Propaganda Fedei, das heißt um die Verbreitung des katholischen, des rechten Glaubens also. Die Aufführungen, meist in lateinischer Sprache, zielen in der Regel auf religiöse Erschütterung angesichts eines Stoffes aus der Realgeschichte oder der heiligen Legende. Schlagend wird vor Augen geführt, worin die menschliche Sündhaftigkeit besteht und was demgegenüber ein wahrhaft christliches Leben meint. Die Handlung ist dabei im Interesse sinnlicher Eindringlichkeit allegorisch stark überhöht. Laster und Tugenden personifizieren den Zwiespalt, in dem die Hauptfigur steht und nicht bloß Engel und Teufel streiten um eine Seele, sondern auch Gott Vater selbst kann in Erscheinung treten. Die traditionellen Regeln eines guten, geordneten Theaterstücks werden dabei souverän missachtet. Von den Einheiten der Zeit, des Orts und der Handlung ist keine Rede und erst recht von keiner Stilreinheit. Eine Aufführung soll faszinieren und diesem Ziel wird alles andere untergeordnet, wie sich besonders schön an demjenigen Stück zeigt, das als einziges Jesuitendrama auch außerhalb der engeren Fachwissenschaft bekannt geblieben ist, weil es schon früh eingedeutscht wurde. Jakob Biedermanns Cenodoxus, 1602 in Augsburg-Uhr aufgeführt. Die auf der Legende vom heiligen Bruno, dem Begründer des Karthäuser-Ordens basierende, im Kern aber frei erfundene Handlung um einen hochgelehrten Mann in Paris, will die Gefahr vor Augen führen, eben derjenigen Sünde eitler Geltungssucht zu verfallen, die einst auch schon Lucifer zum Verhängnis geworden sein soll. Zu diesem Zweck wird als drastisches Exempel das Schicksal des nach außen hin untadelig lebenden Cenodoxus gezeigt, der aber schon entsprechenden Namen erkennen lässt, was bei ihm im Argen liegt. Seine Frömmigkeit ist nicht aufrichtig, sondern dient allein der Ruhmbegier, eben der Cenodoxia, nach der er ja auch heißt. Die Zusammenfassung der entscheidenden Schlussszenen in deutscher Übersetzung bringt alles auf den Punkt. Im Jahr Christi, 1082, war ein weit berühmter Doktor zu Paris, welcher, als er gestorben und man die Leiche besingen wollen, hat er bei Anfang der Lektion Responde mihi, gib mir Antwort, sich in der Totenpaar aufgericht und mit männlichs Entsetzung geschrien, aus gerechten Urtel Gottes bin ich anklagt. Deswegen hat man die Vigil auf folgenden Tag verschoben, an welchen der Zulauf von Leuten noch größer worden, die warteten, was daraus werden wollte. Die Vigil fangt wiederum an und zu den Worten Responde mihi, hebt sich der Tode wiederum auf und schreit, aus gerechten Urtel Gottes bin ich gerichtet. Die, weil man aber noch nicht wissen konnte, was der strenge Richter über diesen Menschen geürtelt hätte, so erwartet man auch des dritten Tags. Und als man wiederum anfinge zu singen Responde mihi, richtet sich der Leichnam aber mal auf und mit erschrecklicher Stimme schreit er, aus gerechten Urtel Gottes bin ich ewig verdammt. Dieses ging Brunone zu Herzen, verließ die Welt, begab sich samt anderen sechs seinen Mitgesellen in ein Wildnuss und hat all da den Kathäuser Orden angefangen. Nicht viel anders als in einem Lehrstück von Bertolt Brecht wird die entscheidende Einsicht auf der Bühne selbst vorgespielt. Der heilige Bruno begreift am Beispiel des Zenodoxus, dass wahres Christentum darauf hinausläuft, alle Eigenliebe abzulegen und sich aus der gewöhnlichen Welt zurückzuziehen, um allein Gott zu dienen. Hat nun der heilige Bruno aus Erschütterung über das Schicksal des Zenodoxus den Kathäuser Orden gegründet, so lernen die Zuschauer und auch die Schauspieler wiederum an seinem Beispiel, das man allem Irdischen zu entsagen hat. Das heißt, dass man sich ganz und gar dem katholischen Glauben hingeben muss. Das Lutheranische Schultheater nun, ein Ort, an dem auch die Trauerspiele eines Gryphius oder Lohnstein aufgeführt wurden, arbeitet mit anderen Mitteln in anderem Interesse. Man kann sich dabei auf die Autorität Luthers berufen, der das Theater in einer Tischrede als pädagogisches Instrument verteidigt hat. Komödien zu spielen soll man um der Knaben in der Schule willen nicht wehren, sondern gestatten und zulassen. Erstlich, dass sie sich üben in der lateinischen Sprache. Zum anderen, dass in Komödien feinkünstlich erdichtet, abgemalt und fürgestellt werden solche Personen, dadurch die Leute unterrichtet und ein jeglicher seines Amts und Standes erinnert und vermahnet werde, was einem Knecht, Herrn, Junggesellen und Altengebüre wohl anstehe und was er tun soll. Vor diesem Hintergrund hat namentlich Christian Weise, Rektor des Gymnasiums in Zittau, eine Vielzahl von Stücken verfasst, die bei großen Schulfesten von den Schülern zur Aufführung gebracht wurden. Weil möglichst alle teilnehmen sollten, musste es unter anderem auch Rollen geben, die schon kleine Kinder übernehmen konnten. Leitidee ist dabei die Einübung in Prudenzia, in diejenige Klugheit, mit der man sich in der Welt zurechtfindet. Eben das wird, ähnlich dem Jesuitendrama, anhand von Exempeln vorgeführt, die jetzt aber zumeist der Realgeschichte entnommen sind, wie namentlich das 1682 Uhr aufgeführte Trauerspiel von dem neapolitanischen Hauptrebellen Masaniello, der 35 Jahre zuvor einen Volksaufstand gegen das korrupte Adelsregime in Süditalien angeführt hat, dem er unter europaweitem Aufsehen nach wenigen Tagen selbst zum Opfer fiel. Dem an sich rechtschaffenen Fischer Tommaso Agnello gelingt es zunächst, die einfachen Leute an die Macht zu bringen. Schnell zeigt sich aber, dass ein solcher Umsturz aller Ordnung auf die Dauer nicht gut gehen kann und Masaniello scheitert an eigenen Fehlern, erst recht aber an Intrigen seiner Anhängerschaft und natürlich ebenso seiner Gegner. Anders als ein Vizekönig oder Erzbischof kann ein Fischer eben doch nicht wissen, wie man einen Staat erfolgreich führt. Ihrerseits dürfen die Hohen Herren ihre Macht freilich nicht missbrauchen. Sie müssen vielmehr immer auf Ausgleich bedacht sein und mit Umsicht regieren, klug eben. Im Unterschied zu diesen didaktisch ausgerichteten Theaterformen unterteilt sich das literarisch anspruchsvolle, das heißt rhetorisch geregelte Theater, streng nach hohem Ernst und niederer Komik in Trauerspiel bzw. Lustspiel. Dabei lassen sich klare Gegensätze aufzeigen, die freilich nichts daran ändern, dass es sich beide Male um gleichermaßen artifizielle Schemata handelt. Als hohe Form ist das Trauerspiel notwendigerweise an einem Fürstenhof angesiedelt und konzentriert sich auf höfisches Personal. Das übrigens ist die entscheidende Leitdifferenz, höfisch oder nicht. Der allgemeinere Unterschied von Adel und Bürgertum wird demgegenüber noch lange keine Rolle spielen. Dieser obersten Gesellschaftsebene entspricht, dass die Stoffe zumeist der Realgeschichte entnommen sind oder wenigstens als realgeschichtlich geglaubt werden können, wie beispielsweise der Krieg um Troja. Obwohl also historische Personen auf die Bühne gebracht werden, geschieht die Gestaltung doch in strikt überhöhender Weise. Zu dieser Idealisierung gehört wesentlich die artifizielle Sprache entfersen und natürlich muss das Ende blutig sein. Im Trauerspiel kann der Titelheld unmöglich überleben. Genau gegenläufig ist das Lustspiel organisiert, das alltägliches, jedenfalls nicht höfisches Personal agieren lässt und rein fiktive Handlungen vorführt. Auch hier wird stilisiert, aber gewissermaßen nach unten und somit als Karikatur in satirischer Absicht. Das Falsche wird in der Übertreibung komisch und dadurch in seiner Falschheit nur umso augenfälliger. Auf Verse verzichtet man zumeist im Interesse einer mehr oder weniger alltagsnahen Prosa und dass etwas so Ernstes wie der Tod im Lustspiel nichts zu suchen hat, versteht sich von selbst. Der notwendig unblutige Ausgang realisiert sich am besten in einer Heirat oder auch gleich in mehreren. Den Beginn des Trauerspiels in deutscher Sprache markiert die Übersetzung einer Tragödie des römischen Stoikers Seneca über die Gräuel bei der Eroberung Trojas. Martin Opitz hat sie 1625 vorgelegt. Trojanerin. In der Vorrede an den Leser begründet Opitz seine Entscheidung für Seneca's Troades damit, dass dieses Stück sich auch auf jetzige Zeiten, da es vonnöten sein will, dass man das Gemüte mit beständigen Exempeln verwahre, am allerbesten zu fügen scheinet. Präziser hätte man die Wirkungsabsicht barocker Trauerspiele nicht formulieren können. Es werden Beispiele eines richtigen, weil beständigen Verhaltens in extremer Not vorgeführt, damit sich die Zuschauer im Theater umso besser für ihre, meist nicht ganz so schlimme Lebenswelt wappnen können. Mit einer Umdeutung der aristotelischen Katastis-Theorie im Geist des Neustoizismus heißt es weiter, solche Beständigkeit aber wird uns durch Beschauung der Misslichkeit des menschlichen Lebens in Tragödien zuvörderst eingepflanzet. Dann indem wir großer Leute, ganzer Städte und Länder äußersten Untergang zum öfteren Schauen und Betrachten, tragen wir zwar, wie es sich gebühret, Erbarme mit ihnen, können auch nochmals aus Wehmut die Tränen kaum zurückhalten. Wir lernen aber daneben, auch aus der stetigen Besichtigung so vielen Kreuzes und Übels, dass Andern begegnet ist, dass Unsere, welches uns begegnen möchte, weniger fürchten und besser erdulden. Die Atrocitas, die Grausamkeit der vorgeführten Handlung, hat ihren guten Sinn also darin, dass sich die Zuschauer in das ethische Ideal der Konstantia einüben können. Im Vergleich mit dem grässlichen Schicksal der Bühnenhelden muss das eigene, das private Unglück, allemal als gering erscheinen und umso leichter sollte es fallen, eventuelle Nöte und Ängste in Beständigkeit zu erdulden. Die beiden aus heutiger Sicht wichtigsten Trauerspielautoren des 17. Jahrhunderts sind Andreas Grüfius und Daniel Kasper von Lohnstein. Beide Schlesier und beide Lutheraner, die in der opizianischen Grundkonzeption ihrer Stücke zwar übereinstimmen, in thematischer Hinsicht aber deutlich voneinander abweichen. Steht bei Lohnstein der Fürst im Mittelpunkt und dessen herausgehobener Stellung auf Erden die universelle Conditio Humana aufgezeigt wird, das kein Glück dauern kann, so stellt Grüfius seinen stets wankelmütigen, von Ängsten und Nöten geplagten Fürsten bzw. Machthabern den glaubenssicheren Märtyrer entgegen, dessen empörend widerrechtlicher Tod die Wahrheit christlicher, d.h. neusthoizistischer Tugend, auf extreme Weise demonstriert. Eine besonders aufschlussreiche Variante dieses Konzepts stellt Leo Armenius oder Fürstenmord dar. 1650 veröffentlicht, aber wohl schon 1646 entstanden. Die Vorrede zu diesem Trauerspiel erklärt dessen Absicht dahingehend, die Lebenswelt als einen ewigen Schauplatz der Eitelkeit vor Augen zu stellen, wodurch sich alle Gräuel des Dreißigjährigen Krieges umso mehr als Beleg für die Wahrheit des christlichen Glaubens erweisen, dass das eigentliche Leben erst vom Jenseits zu erwarten ist. Zugleich geht es um eine Illustration der lutheranischen Auffassung, dass es kein Widerstandsrecht geben kann und darf, weil selbst ein fraglos verbrecherischer Fürst, eben als Fürst, in jeder Hinsicht unantastbar bleibt. Es muss ja in Gottes Willen gelegen haben, dass er in diese Stellung gelangt ist. Der historische Leo ist in der Tat am Weihnachtsmorgen 820 in Konstantinopel einer Verschwörung zum Opfer gefallen. Gryphius inszeniert dieses Ereignis nun als Wiederholung des Opfertods Christi, indem er den sterbenden Leo Armenius von den geschichtlichen Fakten nicht gedeckt, das tatsächliche Kreuz Christi umarmen lässt, wobei sich das Blut des Kaisers mit dem des Erlösers vermischt. Dass die Beseitigung eines verbrecherischen Fürstens selbst ein Verbrechen ist, bringt überdies Leos Gattin Theodosia auf den Punkt. Ein Fürst fällt dem allein, der in den Wolken wacht. Der in den Thron uns setzt, kann aus dem Thron uns bannen. Trotzdem ist Leos Mörder dann selbst wiederum gültiger Kaiser, den die gleiche Unverletzlichkeit auszeichnet wie sein Vorgänger. Dass es auch mit ihm aber kein gutes Ende nehmen wird, das steht natürlich außer Zweifel. Andreas Griffius hat nicht nur Trauerspiele geschrieben, sondern auch Lustspiele. Als Beispiel lässt sich die Absurda Comica oder Herr Peters Quenz anführen. Das ist ein Schimpfspiel und verfolgt also eine satirische Absicht. In der Karikatur einer Tragödie, die unbedarfte Handwerker gründlich verhunzen, soll sich umso deutlicher zeigen, worin wahre Schauspieler bzw. Autorenkunst besteht. Griffius greift zu diesem Zweck auf das komische Zwischenspiel in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream zurück, wo sich Handwerker vor dem Königspaar profilieren wollen, indem sie zu dessen Hochzeitsfeierlichkeiten das tragische Schicksal von Pyramus und Tispe vorstellen. Diese aus Ovid's Metamorphosen bekannte Geschichte hat bei Griffius, der alles andere als sattelfeste Schulmeister zu Rumpelskirchen neu dramatisiert. Der heilige alte Kirchenlehrer Ovidius schreibt in seinem schönen Buch Memorium Vosses, dass Pyramus die Tispe zu einem Brunnen bestellet habe. Inmittels sei ein abscheulicher, hässlicher Löwe kommen, vor welchen sie aus Furcht entlaufen und ihren Mantel hinterlassen, darauf der Löwe Jung ausgehecket. Als er aber weggegangen, findet Pyramus die blutige Schaube und meinet, der Löwe habe Tispen gefressen. Darum ersticht er sich aus Verzweiflung, Tispe kommt wieder und findet Pyramum tot. Derowegen ersticht sie sich ihm zu Trotz. Wie schon bei Shakespeare geht die Aufführung natürlich auf groteske Weise schief, weil die illiteraten Tölpel nicht die mindeste Ahnung haben von dem, was ein gutes Theaterstück und dessen angemessene Darbietung ausmacht. Belohnt wird die jämmerliche Truppe trotzdem. Nicht für irgendeine Leistung freilich, sondern für die Vielzahl der Säue, der groben Fehler und Verstöße während ihrer Vorstellung, die namentlich in der beständigen Durchbrechung der dramatischen Wahrscheinlichkeit bzw. Illusionen bestanden haben. Handwerker und hohe Literatur passen also ganz grundsätzlich nicht zusammen. Die regelgerechte Poesie verlangt vielmehr einen Poeta Doctus, einen gelehrten Dichter, der weiß, was sich für jede Gattung ziemt und wie sehr es überall auf die entsprechende Stilreinheit ankommt. Eben dieses Prinzip gilt selbstverständlich im Kern wenigstens auch für den Roman im Barock, von dem in der nächsten Folge zu reden sein wird. Untertitelung. 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 Untertitelung.